Achtung, das liegt ja runter. Es gibt auch ab und zu überschränkende Kondensatoren sehr selten und das ist dann richtig laut, das ist ja mit einem Börrschlag. Ja, das gehört richtig. Ich meine, man fällt, dass die Karolabdäge... Genau, die Karolabdäge. 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 Ich bin der Karte. Das ist sehr gut, aber ich bin der Karte. Sehr gut. Danke. 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 Danke.